Da sind wir wieder, Nihilumbra. Die Stadt. Folge 1. Oh, an die Stadt kann ich mich kaum noch erinnern. Schon so lange her. Ach, ich habe jetzt ja hier gar keinen. Ah, ich habe gar keinen. Ah. Ähm, keine Lehre mehr, die mich abfuckt. Da weiß ich nicht, wofür das hier gut sein soll. Könnte ich das damit noch... Aber brauche ich ja nicht. Ne, brauche ich nicht. Ja, wohin damit? Gib mir alles wieder her. Gib mir alles wieder. Alles. Und noch viel mehr. Es funktioniert gar nicht. Weiter geht das nirgendwo. Hier geht es auch nirgendwo. Keine Verbindung. Ist nicht. Was soll ich denn hier machen? Ach so, kann ich hier von... Ja, ich kann da von unten durchspringen. Ah, fantastisch. Dann brauche ich hier nur... Dann brauche ich hier nur braun. Ich bin eine doofe Blume. Wieso habe ich denn überhaupt keine Farbe mehr? Habe ich da noch so viel Geld gelassen? Oh ja, habe ich. Ziemlich viel. Ach so, ich weiß, was ich machen muss. Wie weit geht das runter, wenn das weg geht? Ach, gar nicht mehr. Doch wohl? Das war nicht grün. Ist gleich normal. Vielleicht soll ich grün auswählen. Nein! Nein! Sehr ärgerlich sowas. Na komm, Hauach. Geh weg! Was soll das? Fahr dich runter! Los! Mach schon! Ich verstehe nicht, warum es das jetzt nicht tut. Ach, immer nur, wenn das Ding da rüber... Ne, das raffe ich nicht. Das ist doch gerade auch einfach so passiert. Was ist da vielleicht doch gelb dran? Hä? Das ist doch gerade einfach runter gegangen. Vielleicht reicht das ja schon. Mal gucken. Oh, es reicht. Oh, hätte ich mir viel zu viel Aufwand gemacht. Warum... Ja, moin. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Oh, das war knapp. Das war aber oberknapp. Oh, ich muss die Verbindung dahin schaffen. Okay, jetzt muss ich die Verbindung kappen gleich, damit der über mich drüber fliegt. Ne, hier noch nicht. Später. Jetzt möchte ich die Verbindung kappen. Warum bleibt der denn drauf liegen? Also muss ich das noch... Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Das ist grün. Nein. Das ist braun. Grün. Zack, zack. Fällt der jetzt wieder da drauf? Ich glaube nicht. Ich glaube so müsste das gehen. Doch nicht. Ich nehme alles zurück. Ich mache es jetzt mal nach ganz unten, ob der dann da drüber hinweg fällt. Oder muss ich dann wieder zurück rennen, wenn der ankommt? Und dann von hier sozusagen dann so über den drüber hüpfen? Das ist glaube ich aber gar nicht so leicht. Ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Gelb. So, wo ist blau? Blau ist 2 über gelb. Achso, ich kann ja direkt auf gelb wieder runter. Ach du Scheiße. Ne, es ist einfach nur mit Knappheit. Hat mit Knappheit zu tun. Wie knapp... also... Mit Knappheit? Was lachst du da, Luca? Ach, du musst da unten drauf. Ja. Warte doch kurz ab. Ich hab doch schon blau. Danke. Vielen Dank. Du musst da unten aber sterben. So. Ich fand, dass du löst. Schnell muss ich da aus dem Bildschirm raus. Oh. Geht der ganz runter? Dann habe ich ein Problem. Oh, er sieht mich hier aber nicht. Dichter kann ich da ausschalten und ich kann hier ausschalten. Ausschalten, hab ich gesagt. Ah, nee. Du musst weit nach oben. Ich weiß, ich muss von dem dann da rüber springen. Und muss den da ganz runter packen. Also du kommst erstmal... ...hier hin. Damit der mich nicht sieht. So, und der ist nur noch ganz oben. Oh. Was ist denn das für eine Verbindung? Das ist doch keine Verbindung. So funktioniert Strom nicht. Und auch gelbe Farbe nicht. Jawohl. Rätsel gelöst. Level geschafft. Fantastisch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich, äh... Daumen hoch. Kommentar. Abo. Würde ich mich freuen. Bäh. Ähm. Falls nicht, ist auch okay. Aber vor allem würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Nihilumbra. Mit mir, dem Luca. Bis dann. Ciao, Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.